einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin so spiegelt das nicht so doll durch das licht und ich begrüße euch zu einem neuen video wir wollen diesmal die pc ecke verkabeln und dafür muss ich die gleich erstmal komplett leer räumen weil ich will auch das mikrofon alles ein bisschen anders machen das werk vielleicht auch filmen aber dann halt ohne mikrofon weil mit mikrofon kann ich nicht so weit laufen ich will euch vorher nur zeigen was wir anschließen werden und was wir machen werden ich werde einmal diesen 10 meter hdmi kabel verlegen der ist von kabel direkt der ist für 4k 60 hertz mit hdr ausgelegt den wollen wir verlegen 10 meter ist immer eine ordentliche strecke und ich hatte mal in einem forum nachgelesen dass ich weiß aber nicht mehr welchen das war dass bis 15 meter ohne verstärker geht bei 4k bis 10 meter oder so oder 15 ich weiß es nicht mehr aus dem kopf aber das hat bis jetzt immer funktioniert bloß mein kabel hat ein defekt denke ich mal ich will da auf nummer sicher gehen weil ihr wisst bei mir war überspannung und mein pc war kaputt die capture karte war kaputt und der hdmi verteiler der hier praktisch steht hdmi signal von der playstation zwei signale einmal für den tv und einmal für die capture karte splittet und da will ich auf nummer sicher gehen weil mein bildschirm auch nicht immer gleich das bild von der capture karte hat beziehungsweise vom hdmi ich habe es auch mit dem verteiler versucht und da denke ich mal dass der hdmi knall weg hat deswegen werden wir einen neuen 10 meter kabel verlegen der ist von kabel direkt dieses video wird denke ich mal werde ich hier auch irgendwo kabel direkt werbung schreiben weil die produkte sind alle von kabel direkt die wurden mir netterweise zur verfügung gestellt um diese 10 meter zu verlegen müsste ich dann wieder hier alles irgendwie gucken dass ich das rumkriege habe ich mir überlegt ich nehme meinen alten hdmi von ligavo ist der verstärker für normales hdmi der kann auch 4k 2k 15 meter out 5 meter full hd 40 meter ich weiß aber nicht inwiefern der 4k mit 60 hertz macht zur verlängerung oder zum verstärken das habe ich keine ahnung deswegen werde ich den jetzt nur nehmen um hier den hdmi anzuschließen und auf der anderen seite den alten hdmi anzuschließen und dass ich den hinter der schrankwand durchziehen kann so einmal das dann habe ich eine schere mir bereit gelegt weil wir müssen das kleppband dann ja teilen zerschneiden dass wir dann halt die kabel alle vernünftig zusammen machen können damit das nicht so ein kabelwirrwarr ist dann der kommt an die capture karte von der capture karte zum monitor kommt dann dieser hier der ist auch von kabel direkt das ist ein 4k 120 hertz also der ist schon nach dem neuen standard gemacht 8k geht auch mit dem link werde ich euch mal eine video beschreibung packen da wird alle ganz genau beschrieben was er kann im forum oh gott wartet mal ich muss mal kurz und zweimal displayport kabel zweimal 1,5 meter kann ich euch auch mal zeigen moment mache ich mal ein bisschen was höher da haben wir einmal hier so ein displayport steht auch kabel direkt drauf der ist steht leider nicht drauf aber der soll wohl oder ist wohl wahrscheinlich auch schon für 8k ausgelegt das habe ich jetzt leider nicht im kopf ich packe euch die links zu allen produkten packe ich euch in die video beschreibung so und dann haben wir hier noch mal ein noch mal ein displayport kabel der ist ein stück wat länger hier steht zwar 1,5 ach ne 1,5 jahre steht hier irgendwo drauf wie lang der ist der ist zwei meter lang genau der ist für den oberen bildschirm da brauche ich ja längeren kabel und der ist 1,5 meter der ist für den unteren bildschirm also für den 4k hdr bildschirm und wir haben zweimal steckdosen die wir da ran machen wer denn beziehungsweise ich bin am überlegen wie ich es mache ob ich es da vielleicht nur eine mache das sind solche die hatte ich im unboxing schon gezeigt das unboxing werde ich euch verlinken der hat hier einen an und ausschalter der hat dreimal usb zum laden reicht mir jetzt aus und fünf steckplätze für stecker wir haben auch zwei schrauben und zwei dübel mit bei falls wir uns das ding an die wand machen wollen oder an den schrank von hinten hängen wollen oder sonst was dergleichen so und das wollte ich will ich jetzt alles da anschließen so ich weiß noch nicht wie ich es mache mit dem monitor ich werde das erstmal auf den esstisch stellen ihr werdet jetzt erstmal keinen großartigen ton haben weil ich werde das mikrofon ab machen weil wenn ich mit dem kabelei mit dem monitor hin und her trage und so und da die ecke sieht gerade nicht so prall aus weil ich da ein bisschen was gemacht habe wird es platztechnisch ein bisschen knapp im späteren bearbeiten werde ich das bestimmt irgendwie machen dass die zeit schneller abläuft oder so ich weiß es noch nicht so und meinen stuhl muss ich auch noch raus machen so ich mache euch mal hier einfach in die ecke rein so und so 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 Oh, okay. So, ich musste mal kurz einen Cut machen, weil ich ein paar Nachrichten beantworten musste und Sprachmitteilungen kamen und ich Angst hatte, dass sie vielleicht im Video drauf sind. Ich habe auch nichts weiter gemacht. Wir machen weiter. Ich habe auch nichts weiter gemacht. Ich habe auch nichts weiter gemacht. Ich habe auch nichts weiter gemacht. Ich habe nämlich schon einen, seht ihr das? Das ist auch ein Kabel von Kabel direkt. Der war gleich beim Dreamscreen mit bei. Beziehungsweise einer war mit bei und einen habe ich extra noch dazu geholt, wo ich mir den Dreamscreen gestellt hatte. Ich brauchte dann aber nur den einen und deswegen habe ich den noch übergehabt und den habe ich jetzt erstmal genommen von der Capture-Karte zum Monitor, weil den anderen, den ich vorher dran hatte, hat es, wie gesagt, durch den Blitz auch oder Überspannung auch entschärft. Mit dem kam mal ein Bild, mal kein Bild, HDR war gar nicht möglich. Also da waren starke Einschränkungen. Mit dem ist es nicht so. Das ist nicht so. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich gleich mein Mikrofon umstellen. Ich habe mein Mikrofon eigentlich hinten am Tisch gemacht. Jetzt habe ich es an der Seite dran, in der Hoffnung, dass es platztechnisch vielleicht ein bisschen besser ist und dass ich meine Lampe ein bisschen besser hinstellen kann und die Boxen ein bisschen besser hinstellen kann. Ihr seht, ich habe dicke Beine vom Tisch. Das ist wie so ein L. Also genauso dick, wie es hier vorne ist, ist es auch an der Seite. Und dadurch ist es halt ein bisschen schwierig. Und dann oben halte ich dann auch nochmal, wie hier, die Kante ringsherum. Dadurch ist es ein bisschen schwierig, das festzukriegen. Und das hat auch wirklich alles funktioniert. Das war's für heute. Ich werde jetzt schon die Kabel verlegen. Also die Displayport und HDMI, ach Quatsch, Displayportkabel einmal von oben und den HDMI, der von unten kommt mit Displayport, werde die dann halt mit dem Klettband so zusammen machen, dass die dann hier unten so zusammen sind und an den von oben kommenden rangehen. Dann habe ich da eine gerade Linie für die Kabel und dann haben wir das obere schon mal gemacht. Dann müssen wir nur noch unten anschließen und die Steckdosen. Ich brauche da wahrscheinlich jetzt doch kein Klettband, weil bei allen Kabeln ist hier so Klettband drum. Und das werde ich gleich mit benutzen. Dann brauche ich da nicht erstmal von dem Großen was abschneiden. Dann brauche ich da nicht. Dann brauche ich da nicht. Das ist die Aufmerksamkeit, die wir aufstehen. Das ist die Aufmerksamkeit, die wir aufstehen können. So, kurze Mittagspause ihr habt. Frau und Kind kamen runter und ich habe danach dann mal schnell hier unten, da seht ihr das hier, da habe ich mal schnell den HDMI-Kabel versteckt. Ihr seht, da kommt er da, hier sind ganz viel Kabel, das muss ich alles wieder verstecken. Ich habe mich entschlossen, ich habe den anderen HDMI-Kabel noch mal drin gelassen. Das wäre mir jetzt zu viel vorhanden gewesen, den jetzt hier noch rauszuholen, das mache ich vielleicht später mal, wenn ich hier ausziehe und ich habe, kann man es sehen, ich habe jetzt den anderen Monitor oben ran gemacht, den weißen. Ja, dann würde ich sagen, geht es weiter. Achso, ich wollte euch noch was zeigen. Ich hole euch mal was näher ran. Da ich jetzt von dem weißen Curve den Stromkabel nicht mit benutzen konnte, habe ich jetzt den anderen, der da original dazu ist, geholt. und ich habe ein Problem gehabt. Ich hatte das ja damals in dem Video zur Halterung erklärt. So weiter geht es jetzt gerade nicht so wirklich. Ich muss mal gucken, dass ihr das hier vernünftig draufkriegt. So, da seht ihr das jetzt, ich hoffe, dass man es sehen kann, dass hier das Metall, dass ich das weggebogen habe, dass der HDMI rankommt, ranpasst und auf der anderen Seite auch noch weggebogen, dass der Stromkabel vernünftig rankommt. Weil beim alten, weil das Stromkabel so ein Stück geknickt, beim flachen, also beim anderen Curve, beim 27 Zoll. Die Halterung ist eigentlich bis 32 Zoll, glaube ich, waren das sogar. Und das ist dann 31,5 Zoll. Aber es kommt bei den Samsung-Dingern echt, ich musste bei dem 27 Zoll schon wegbiegen, weil sonst hätte der HDMI und so nicht reingepasst und jetzt halt nochmal ein bisschen mehr. Ja, so, dann habe ich, gucken, dass ihr mal nicht so vernünftig sieht. Da kommt dann der HDMI-Kabel, ach Quatsch, der Displayport-Kabel runter. Das ist praktisch der hier. Ach so, der. Und da habe ich dann hier einmal Klettband dran gemacht. Sieht man das? Warte mal. So. So, so sieht das natürlich besser. Ein Displayport für den 4K-Monitor mit HDR. Und dann nochmal der HDMI, der gute, also der mega gute, also der ganz neue. Die sind alle gut, aber der ist halt 4K, 120 Hertz und der ist so ja schon für 8K ausgelegt. Ja, also der geht ja dann von der Capture-Karte zum Monitor und das ist von der Grafikkarte zum Monitor, dass ich halt den PC am Monitor habe. Die habe ich jetzt hier zweimal zusammen gemacht. Hier und hier. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch, damit die jetzt hier nicht wegkommen und rumflackern. Und später, das eine kommt dann weg. Das hier unten werde ich dann noch verschieben. Das kann ich dann wahrscheinlich nochmal verschieben. Hier unten habe ich sie zusammen gemacht, dass die dann hier nicht so viel Platz haben, nicht so viel rumschlackern. Da werde ich auch noch einen rummachen. Und mein Messer ist mir runtergefallen, ja. Das war jetzt ein Akt, das alles festzumachen, ey. Dann machen wir den jetzt hier nochmal rum. So. Und dann haben wir das hier schön schon mal ein Kabelstrang, der dann nach unten zum PC kommt. Ich will jetzt noch, warte, sieht man das vielleicht unten hier. Hier unten, seht ihr, da liegt der andere HDMI, also der 10 Meter. Die muss ich jetzt noch hinten langlegen. Und ihr seht ja hinter dem PC das ganze Kabelwirrwarr. Das muss sich ändern. Da muss einiges passieren. Da muss einiges zusammengeräumt werden, damit es auch einzelne Kabelstränge sind, damit es nicht so viel Klimbim ist. Ich habe jetzt die Stromkabel nicht bei HDMI mit drin gemacht. Die sind zwar geschirmt und so, aber die wollte ich einzeln lassen. Geht's mal weiter, würde ich sagen. ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. So, wir werden gleich erstmal schon mal ein von den, von, ich werde mal gucken, ich muss noch ein Stück rum machen, damit das mit dem Licht vielleicht nicht ganz so extrem ist. Vielleicht so ein bisschen besser. Ich bin zwar jetzt ein bisschen dunkel, aber ihr könnt da jetzt, denke ich mal, besser hinten sehen. Habe ich ganz vergessen. Noch ein Grund, warum ich die Steckdosenleisten austauschen will, ist nicht jetzt nur der eingebaute Überspannungsschutz. Das sind hier lauter große, seht ihr das? Da ist noch ein bisschen mehr Licht drin. Das sind jetzt hier so große, ganz normale Stecker. Und die andere hat die schmalen gehabt. Und bei denen gibt es keine Kindersicherung. Hier kommen dann auch noch Kindersicherungen drin. Das will meine Frau unbedingt. Ich habe gesagt, wir können aufpassen. Und sie sagt, überall muss was drin. Nicht nur in die Steckdosen, sondern auch in die Verteiler. Also wird hier auch alle Kinder sicher gemacht. Und anfangen tun wir jetzt damit. mit Okay. 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 Sieht ihr nichts? Oh Gott, ist das eine Hitze. Ich habe jetzt unten runter noch sauber gemacht, habe alle Kabeln vom PC abgemacht und werde jetzt ans Verkabeln beginnen. Vorher werde ich aber die Kabel, die ihr da unten seht, etwas zusammen machen. Also, dass da nicht so viel rumliegt, sondern mit dem Klettband ein bisschen zusammen machen. Ihr fragt euch, was da unten liegt. Das ist einmal Kabelei von der Soundanlage, also vom 2.1 System vom PC. Das sind die schwarzen Kabel und die goldenen, die ihr da unten seht, die gehören zu meiner Dolby-Anlage. Weil auf der Couch sind jetzt die Boxen. Dazu gehören die. Und mit dem Klettband hier ist voll easy. Ja, einfach ein bisschen abrollen, abschneiden, was man braucht. Eine Seite ist rau, eine Seite ist flauschig. Und dann kann man deine Kabel zusammen machen. Voll geil. Und da im отвечen, so müssen wir alles abkurren oder machen. Und dann wird die Anlage ein thôi, oder? Das war okay. und seht ihr die alten und man kann sie halt auch so machen ich habe jetzt ein paar kleine stücke ganz kleine futzelkabelei und dann noch mal ein paar kleine stücke und dann machen wir die Brille Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. So, jetzt hole ich euch erstmal was näher ran, damit ich euch das zeigen kann, was ich jetzt gerade die ganze Zeit gewirtschaftet habe. Aber ihr seht, das sind 80 cm. Ich habe hier nicht wirklich Platz auf meinem Arbeitsplatz, dass ich die Kamera hier so hinstellen kann. So, wie gesagt, hier ist der Displayportkabel. Der ist von meiner BenQ Screenbar und das ist der Stromkabel. Und das Stromkabel habe ich jetzt mit dem Stromkabel für den BenQ Monitor zusammen gemacht. Und unten auch. Und hier habe ich einmal den Displayport und den HDMI hier zusammen gemacht für den BenQ. und da nochmal. Das sind da unten alles. So. Dann haben wir da schon mal Ordnung. Dann habe ich mein, seht ihr ja, mein Rode Mikrofon. Habe ich jetzt hier auch nochmal Klettband dran gemacht, dass das noch ein bisschen besser aussieht, ein bisschen besser hält und so. Und hier, der geht zu meiner Kamera. Die habe ich hier hinten auf dem Bügel gehängt, auf dem Haken gehangen. Und hier ist ein USB Adapter. Also eine Verlängerungsschnur für den USB. Da kommt dann dieses hier ran, damit, ja hier ist mein Kartenleser hier dran. Das stelle ich dann immer unter dem Bildschirm hin. Und das muss ja auch irgendwo hin. So. Ich habe immer noch was. Das brauche ich auch noch für unten weiter jetzt. und für die Fernsehecke. So. Und dann habe ich jetzt hier, weil der Kabel von der Kamera und der weiße vom Rode ein bisschen lang sind, habe ich die jetzt hier einfach mal so ein bisschen aufgerollt. So. Dann haben wir hier ein schönes, gleichmäßig langes Kabel. Alles hier unten kommen die dann raus. Seht ihr das? Hier ist auch nochmal automatisch von der Kamera hier so ein bisschen Klett dran. Da kann ich die dann später auch nochmal zusammen machen. Dann haben wir hier ein schönes Kabel, das nach unten geht. Mit den drei Anschlüssen. Machen wir das mal da unten. So. Und dann die Feinarbeit kommt dann später dran. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen Feinarbeit machen. Die Maus wieder rausholen und die Kabelei und das Mikrofon richtig und den Monitor hinstellen. So. Den werde ich nämlich jetzt gleich mal holen. So. Da brauchen wir jetzt nicht mehr so runter. Da. 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 Okay. ist schon wieder wach? er hat noch gar nicht geschlafft, jetzt nehmst du auf? ja ich so frau und kind sind gerade runter gekommen, deswegen muss ich kurz unterbrechen, wir machen aber jetzt weiter, also es kann sein dass ihr die kleine jetzt ein bisschen hört im hintergrund vielleicht, wir haben es auch bald geschafft so Das war's für heute. 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 Was ist denn los? Weiß nicht. Was ärgert sie sich denn? Was ärgert sie sich denn? Vielleicht weil das Kissen nicht so möchte wie sie. Aber Juna! Kussi, kussi, kussi. So, jetzt haben wir fast geschafft. Okay. 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 So. Jetzt haben wir es geschafft. Ich hole euch nochmal her. Damit ihr das mal sehen könnt, was wir jetzt gemacht haben. Ja. Kein Kabelwirrwarr. Zwei dicke Kabelstränge. Stromkabel. Der wird auch noch ausgetauscht. Wie gesagt, der vom Brandstuhl kommt dann noch weg. Und dann kommt auch noch ein kleinerer hin. Der kommt da oben rauf, dann auf die Box. Und hinter der Box habe ich jetzt die externe Festplatte. Der Tower ist schräg gestellt. Dass ich, wenn ich mit meinem Nobelshell hier dran sitze, dann auch die Beine vernünftig runter machen kann. Der Tisch ist jetzt natürlich noch nicht aufgeräumt. Ja. Das kommt jetzt noch dran. Ich habe jetzt auch... Das ist das Stellrädchen, wo ich meinen Sound hier praktisch laut und leise machen kann. Den lasse ich hier jetzt in der Ecke. Da ist der Institute aufgehoben. Hier seht ihr praktisch... Da ist mein Kartenleseteil. Und hier... Der kleine schwarze Kabel ist von der Screenbar. Also praktisch von der hier oben. Weil der Kabel nicht reicht bis runter. Der wird noch ausgetauscht. Wo haben wir den denn jetzt? Ich habe hier irgendwo noch... Hier. Der wird dann für die Festplatte am TV-Inum. Da kann ich ein bisschen besser verpacken. Also verteilen und so. Und da ist ein kleinerer dran. Der wird dann hier rankommen. Dass die Screenbar nach unten am PC rankommt. Und jetzt nicht da. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch. So. Fast fertig. Jetzt noch hier vorne aufräumen. Und gucken, wie wir das mit unserer BenQ Wit machen. Die ich jetzt gleich mal holen werde. Wenn nicht auf den Kabel nicht ihres, ich laisse damit machen. Nein. Da sind, wie ich Ab Elder ist. Der Pour shakes kann ich mir. Lasst Oper méthode nach vorne, die wir jetzt direkt verlegen die gewisse whole. Also hopefully dass die Jagen abkommen. Und hier醺 selbst somitlie, Okay. Vielen Dank. Ich habe die Kante mit einem Kanteil geschnitten. Ich habe die Kanteil mit einem Kanteil geschnitten. Ich habe die Kanteil geschnitten. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben es geschafft. Jetzt ist nur eine Kleinarbeit. Ich zeige euch das nochmal. Mein Licht vom PC ist auch nicht richtig eingestellt. Da muss ich auch nochmal gucken. Das ist nochmal leise blau. So, der Arbeitsbereich ist fertig. Wir haben schönen Platz. Tastatur und Maus. Ihr seht, es passt gerade mit Tastatur und Maus hin. Und dann ist hier bei mir auch schon Pumpe. Der Bildschirm ist nicht richtig gerade. So, ein Stück anklappen. Mein 4K Bildschirm, der HD Curve Bildschirm, die BenQ Lampe steht. Ich habe jetzt hier noch die Kabelei herangemacht. Also zweimal einen goldenen und einen silbernen USB-Kabel. Der silberne ist USB-C für USB-C Geräte. Damit lade ich meistens mein Huawei P10 auf. Und der andere, der goldene, der ist für das Honor 8X. Das ist ein normaler USB hier. Mini, Makro, keine Ahnung. Damit lade ich das auf. Oder meine Frau ihr Handy. Also haben wir hier zwei Anschlüsse. USB-C. Und normal mit dem goldenen lade ich aber auch mein Gaming-Headset. Mein G933 auf. Wir haben dann halt zum Ton einstellen. Kartenleser. Meine Pamu. Also die Bluetooth-Kopfhörer. Und die von Gearbest. Ja, wenn es warm ist, dann bräuchte ich dann kein Gaming-Headset aufsetzen, nämlich die Kleen. Auch hier drunter haben wir jetzt hier Schönordnung. Dicke Kabelstränge. Und ich hoffe, da kommt der Kater jetzt selten nicht so gut ran, um was abzuknabbern. Ich bin durchgeschwitzt. Ich muss Klamotten wechseln. Und dann wollen wir noch jetzt bei Pflanzzelt vorbei. Weil der Chef hat gerade Probleme mit seiner Playstation. Da soll ich mir ein bisschen helfen. Das werde ich dann noch in Angriff nehmen. Und dann vielleicht heute auch, wenn wir wieder zu Hause sind, die TV-Ecke anschließen. Alles neu. Muss ich gucken, ob der Akku bis dahin voll ist, weil der ist hier in mir schon wieder fast leer. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier auch schon den 10-Meter-Kabel lang gelegt. Also wir haben praktisch nicht nur die Bildschirme mit zwei neuen Display-Port-Kabeln von Kabel direkt ausgestattet. Nein, beim unteren ist der BenQ 4K. Könnt ihr auch hier sehen. Der hat HDR. Haben wir auch ein 4K HDR-Kabel, das direkt zur Capture-Karte geht. Der 10-Meter-Kabel geht zur Capture-Karte. Also praktisch 10 Meter ran. Und von da aus geht er nicht zum Fernseher zurück, sondern direkt hier hoch. Und an der Playstation kommt ja dann wieder ein Verteiler ran. Das werden wir dann im nächsten Video sehen. Oben haben wir einen neuen Bildschirm hin gemacht. Wir haben die Festplatte vernünftig versteckt. Wir haben die Kabel alle mit Klettband vernünftig gemacht. Wir haben eine neue Steckdose da oben dran, die wir dann auch kindersicher machen können. Die ist jetzt hier erstmal noch provisorisch. Da kommt auch noch dann die neue ran. Aber erst muss ich gucken, wie viel ich jetzt für die TV-Ecke brauche. Und dann wird dann vielleicht die Steckdose da auch noch ausgetauscht. Dann kann die auch noch dahinter. Dann haben wir hier vorne noch ein bisschen mehr Platz. Wie gesagt, ich habe ja nicht so viel Platz. Ich muss aufpassen, wie ich die Kamera mache. Meine Frau sitzt gerade auf der Couch. Ich habe ja nur 80 Zentimeter Breite und ich mache das Beste draus. So, dann soll es jetzt hier soweit auch gewesen sein. Die Links zu den Kabeln packe ich euch alle in die Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt zum anschließen, warum ich wie was angeschlossen habe, haut mir einfach einen Kommentar runter. Ich werde euch dann gleich antworten, so schnell wie ich kann. Ich bin dann jetzt weg. Bis zum nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.